Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir befinden uns hier vor dem bunten Haus in Seifen. Mein Name ist Ronny Weiß. Ich bin der Inhaber des Hauses und gleichzeitig auch Koch im Haus. Unser Hotel ist hier schon seit 480 Jahren. Damals hieß es noch Erbgericht. Das Erbgericht war gleichzeitig der Gerichtssaal im Ort und der Richter hatte das Schankrecht. Daher kam der Beruf Erbgericht. Seit 1920 heißt es jetzt das bunte Haus. In diesem Sinne führen wir es auch weiter. Es ist kunterbunt bei uns im ganzen Haus. Und das Hotel ist vor allem geeignet für Kurzaufenthalte, für Gäste, die Seifen besuchen wollen oder eine Zwischenübernachtung in Seifen buchen. Zum Beispiel für Motorradfahrer, Kammwegwanderer, Stoneman-Fahrradfahrer oder Blockline-Mountainbiker. Dafür sind wir am besten geeignet. Wie ich schon erwähnt hatte, sind wir besonders geeignet für Zwischenaufenthalte, für Radler zum Beispiel, die den Stoneman fahren oder die Blockline. Wer eine Panne hat, auch die Berater, die nicht bei uns übernachten, nutzt unseren Schlauchautomaten hier. Da könnt ihr euch ganz gleich für 8 Euro einen Ersatzschlauch ziehen und könnt euer Rad reparieren. Oder wer nicht genug mehr Strom auf dem Akku hat für die E-Biker, Ladestation, ein Bierchen trinken bei uns im Biergarten, E-Bike laden, dann weiterfahren. Die Luftpumpe ist auch da und wer abends bei uns von der Mountainbike-Strecke zurückkommt und sein Fahrrad putzen möchte, gibt es natürlich auch einen guten Kärscher bei uns, wo man bis ins Detail alles putzen kann. Als traditionsreichstes Gasthaus im Ort haben wir eine sehr große Gastronomie. Wir haben einmal eine kleine Bar mit Pizza und Pasta, die sogenannte Pizza und Pasta-Bar. Und wir haben natürlich hier unsere Gaststube, unser Gasthaus mit einem sehr großen Biergarten. Daran angeschlossen, im Innenraum nochmal 210 Plätze im Innenbereich und einen Traditionssaal, der besonders geeignet ist für Tanzveranstaltungen und für Hochzeiten. Ihr könnt auch gern spontan bei uns vorbeikommen, aber denkt bitte daran, gerade an den Wochenenden und an den Feiertagen wird es schnell voll. Also nutzt die Möglichkeit, das Zimmer vorauszubuchen. In diesem Sinne herzlich willkommen bei uns und unser Slogan lautet Macht dir einen Bund! Vielen Dank! Vielen Dank!